Moin moin meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder, Iwe Buschi LP und eine kleine Ankündigung und zwar wollen wir morgen um 12 bis, also 12 Uhr mittags, natürlich nicht abends oder nachts, 12 bis 14 Uhr, also von 12 bis 2, also ihr wisst, ne, also jetzt nicht, dass ihr denkt, das wird so ein Ultra-Livestream, sondern also 2 Stunden Livestream von 12 bis 14 Uhr in, ja, League of Legends, ein bisschen Abo-Wette, ihr wisst Bescheid und ja, mehr muss eigentlich gar nichts dazu gesagt werden, morgen 29.12 bis 14 Uhr, also keine Fragen mehr, an allen weiteren Fragen, die da trotz noch aufkommen, einfach in die Kommentare reinklatschen und ansonsten, ja, ansonsten kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen da, ähm, ja, eigentlich auch schnell ist nur dieses Infovideo fertig gemacht und jetzt wird nämlich erstmal jetzt ein bisschen noch, ne, vorzeitig geböllert, höhöhöhö und damit würde ich sagen, ciao Leute, haut rein und bis dann, wir sehen uns morgen, ähm, im Chatraum, wo alles dann losgeht, ciao! Vielen Dank!